Es geht los! Ja! Oh! Oh mein Gott! Ja, Dicke! Kingkai motherfucking Ru! Oh mein Gott, Sakurai, komm, zeig mir dein Gesicht! Mach ein bisschen leiser, oder? Ja, mach ein bisschen leiser. Ja, Sakurai, ich lieb dich! 72! 72! Ja! Okay, let's do this! Oh mein Gott! Okay, irgendwas mit Little Mac? Oh, dieser andere Typ von... Ken! Ken ist da! Ken, Dicke! Ken! Oh mein Gott! Ja! Ja! Oh ja, er ist drin, Alter! Jenga, ich fick dich jetzt! Ja, Mann! Geil! Oh! 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 Wie geil das aussieht, Mann! Ey, ich fick deinen scheiß Little Mac mit ihm, ey! Hör duuooken! Oh mein Gott, wer ist das jetzt? Wer, 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 wer das re-reelt? Ey, ich, ich... überventiliere gleich... Wer kommt jetzt? Bowser? Hä? Ist das King K. Rool oder so? Irgendjemand Schweres? It's in the raw! It's in the raw! Oh mein Gott! Oh! Scheiße! Ja! Scheiße, wer ist denn nochmal falsch? Oh, äh, Fuegro! Oh mein Gott, kennt er sich so geil an! Er ist wirklich gekommen! Der Leak war falsch! Krass! Dann kommt Banjo Save nicht rein! Doch, ey, gib nicht auf! Jaaaaa! Ey, ich bin grad super gehypt! Ich schreie grad viel zu viel rum! Du übersteuerst wahrscheinlich richtig krass! Ey, es tut mir leid, Freunde! Falls ich übersteuern sollte! Oh, wie geil! Auch wenn ich dieses Pokémon nicht feiere, die haben das richtig geil gemacht! Also von der neuen Generation, ich hab's eben im Stream gesagt, Wollte ich, wenn schon, wenn neue Generation Pokémon kommt, dass Fuegro kommt! Und er ist gekommen! Also nice! Kommt jetzt noch einer? Oh, oh, okay! Ey, schaut euch an wie geil das ist! Gib mir einen Film! Gib mir einen Smash Bros-Film! Jajajaja! Leute! Wir sind jetzt bei 74 Kämpfern! 74, ey... It isn't finished yet, but I want to give you a special sneak peek. Was ist, ist, was, 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 was? Soundtrack vielleicht? Ein spezieller Modus? LOL, Mario! Wie böse er aussieht, oh mein Gott! Piranha-Player? Man kann Assist-Trophy spielen? Bitte nicht Charakter. Was? Was? Na, was? Ey, Sakurai, du bist der größte Troll! Was? 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 Digger, du bringst Shaddo nicht rein! Was, Piranha? Oh mein Gott! Leute, Sakurai ist einfach der größte Troll! LOL! LOL! Ey, damit hätte niemand gerechnet! Piranha-Pflanze ist drin, aber kein Waluidi. Guck mal, seinen Smash-Attack! Oh mein Gott! Was? Was? Alter! Wir haben jetzt genau 80 Kämpfer! 80 Kämpfer! Counting! Es kommen noch welche! Das ist unser Mewtwo, stell dir das vor! Das ist legit unser Mewtwo jetzt! Piranha-Pan! Piranha-Pan! Ey, das hätte niemand geahnt! Keiner kann mir sagen, dass er das geteased hat, oder geleakt hat, oder was auch immer! Before we go! Ich liebe die Sakurai! Kuss links, kuss rechts! Musik ist leise! Es kommt noch was! Eeeh! Eeeh! Komm! Oh mein Gott! Digga! Aus dem Pokémon-Trailer! Digga! Weißt du doch? Ja, 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 ja! Er schwebt jetzt bestimmt oben, Digga! Aaaaah! Bitte, bitte! Horror-Kit! Oh mein Gott, sieht das schön aus! Die reden alle! Horror-Kit ist der neue Tabu! Oh! Oder kommt Tabu zurück? Achso! Der hat das vorgesehen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah, das ist zu geil gemacht, ne? Oh, Link! Boah, weg mit dir! Alter! Pikachu! Sonic! Oh, Bayonetta stirb! Oh mein Gott! Das ist zu geil gemacht! Oh! Das ist der neue... Adventure-Story-Mode! Oh mein Gott! Die Göttin wird ausgelöscht, Digga! Digga! Hahaha! Didi, nein! Haha! Oh mein Gott, ey! Kirby! Kirby! Nein, nicht Kirby! Ah! Vielleicht hat man am Anfang so, Mario rettet eins und die Leute! Ja, ne? So ähnlich war es ja auch ein Dings! Oh mein Gott! Alle ist es so fies! Der Mond! Oh, ich hab grad gedacht! Oh mein Gott! Was ist Infinity War dagegen? Was ist Infinity War dagegen? Jetzt kommt das Lachen! Ahahahahaha! So sind alle so zu Geistern geworden und du rettest die als irgendein Charakter! Ah, nur Kirby hat überlebt! Kirby, Sakurais Baby! Ja, ja! Er ist der Retter von allen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Hintergrund vom Battlefield! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! What was? S comma schlausthou per Boah, das ist so geil gemacht, das sieht so gemalt aus. Oh, oh. Mit Laufers. Boah, wie groß. Ey, ich hab so Gänsehaut, diese Musik. Ratterlos. Das sind die Bosse, die du da auf der Map bekämpfen kannst. Kranke. World of Light, so heißt der Story-Modus. Das war's jetzt. Heftig. Oh, Sakura, ich liebe dich, Alter. Ich kopiere jetzt noch Treehouse. Ich find grad keine Worte, wie soll ich das beschreiben? Ey, wie heftig der Trailer am Ende war, ne? Jeder Charakter wird ausgelöscht und Kirby hat sie geschafft und rettet sie jeden Anfang. Ey, zu krank. Ey, wir müssen noch mal...